Erfolg ist Ausdauer und keine Angst vor Misserfolg zu haben. Diesen Erfolgstipp hat mir Sängerin Marta Jandova mitgegeben von der Band Die Happy. Genau darüber schreibe ich in meinem heutigen Blog. Die Frage ist Ausdauer erlernbar mit dem Gehirn? Kann ich mir bis ins hohe Alter Dinge aneignen, die mir wichtig sind? Und was ist der Schlüssel für ein dauerhaftes Lernen und auch wirklich eine Veränderung im Kopf? Denn es gibt einen wichtigen Schlüssel, den musst du haben. Ansonsten bewegt sich hier oben nur das Rädchen und es wird nichts gespeichert. Was es ist und wie du das noch nutzen kannst, um selber mehr Erfolg, mehr Glück und auch mehr Freiheit, wenn du das haben magst zu haben. All das und noch viel mehr findest du in meinem Blog unter www.normen-graeter.com